Wenn es Ihnen nicht gelingt, Material von einem Band in EDIUS zu erfassen bzw. aufzuzeichnen, überprüfen Sie bitte folgende Punkte. Prüfen Sie zuerst, ob die Kamera im Gerätemanager des Rechners angezeigt wird. Eine HDV-Kamera, die auch in diesem HDV-Modus steht, sollte unter der Rubrik Audio-Video-Game-Controller erscheinen. Eine Kamera im DV-Modus erscheint unter Bildbearbeitungsgerät. Wird die Kamera nicht im Gerätemanager gelistet, überprüfen Sie die Kabelverbindung und vergewissern Sie sich, dass die Kamera im richtigen Modus steht. Unter IEEE 1394 Bus Host Controller haben Sie die Möglichkeit, den Treiber zu aktualisieren bzw. umzustellen. Unter Windows 7 können Sie den Treiber einfach auf Alt, Englisch Legacy, umstellen. Dieser Treiber ist oftmals deutlich kompatibler zu DV- und HDV-Geräten. Windows 8 und Windows 10 liefern diesen Treiber leider nicht mehr standardmäßig mit. Wie Sie in diesem Fall den Treiber nachinstallieren, zeigen wir Ihnen in einem anderen Podcast. Erscheint die Kamera zwar im Gerätemanager, aber Sie bekommen trotzdem kein Übertragungsbild in IDIUS, überprüfen Sie die Gerätevoreinstellungen in IDIUS. Wenn Sie Ihre Kamera noch nicht als Einspielgerät in IDIUS definiert haben, müssen Sie dies zuerst tun. Gehen Sie in die Systemeinstellungen und öffnen Sie hier die Reiter Hardware und Gerätevoreinstellungen. Wählen Sie jetzt die passende Benutzeroberfläche sowie das Format aus. Für eine DV-Kamera, die über FireWire angeschlossen ist, müssen Sie als Eingangsschnittstelle Generic OHCI wählen und als Format 720 x 576 Pixel. Für eine Kamera im HDV-Modus, die ebenfalls über FireWire mit dem PC verbunden ist, wählen Sie stattdessen Generic HDV aus und die entsprechende Einstellung 1440 x 1080 50i. Sie sollten als Codec MPEG-TS einstellen. Damit wird das Material nativ ohne Konvertierung aufgezeichnet und die Datei ist überall abspielbar. In den Gerätevoreinstellungen können Sie häufig verwendete Einstellungen als Preset mit dem Tastenkürzel F2, F3 oder F4 belegen. Somit wird die entsprechende Erfassungseinstellung per Tastenkürzel aufgerufen. Alternativ wählen Sie unter Erfassung Ihr Eingabegerät aus. Warten Sie, bis die Verbindung zur Kamera hergestellt ist. Jetzt können Sie erfassen. Hier kommen Sie zum nächsten Podcast. Abonnieren Sie hier unseren YouTube-Kanal. Mehr Tipps und Tricks gibt es in unserer EDIUS Podcast Playlist. Weitere Infos zu EDIUS, passende Plugins, Lernkurse, aktuelle Downloads und vieles mehr finden Sie auf EDIUS.de.